Ihr wisst noch nicht so richtig, wie die Facharbeit in Englisch funktioniert, wie der Aufbau geht und welche Tipps und Tricks es überhaupt gibt, um eine Facharbeit in Englisch zu schreiben. Dann wollen wir euch die heute erklären, bei Selbstorientiert. Und hier seht ihr einmal eine Übersicht über alle Timestamps, die in dieser Folge wichtig sein werden. Falls ihr also ein spezifisches Thema lernen wollt, dann guckt da zuerst rein. Bevor es jetzt losgeht mit diesem Video, wollen wir euch nochmal kurz einen Hinweis geben. Und zwar haben wir in eigener Sache für euch ein großes Buch erstellt, wo ihr einmal alle relevanten Informationen findet für eure Facharbeit. Das heißt, wir erklären euch nochmal genau, wie der Aufbau überhaupt funktioniert, wie die Quellen sind, Literaturrecherche oder auch der Umgang mit Word exakt funktioniert. Aber natürlich wollen wir euch darüber hinaus auch noch ganz spezifische Tipps für euer Fach geben. Also schaut unbedingt in den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort findet ihr alles zu dem Buch rund um die Facharbeit. Und damit gucken wir uns jetzt den Aufbau einer Facharbeit an. Dabei gliedert sich die Facharbeit grundsätzlich in Einleitung, Analyse und Darstellung sowie das Fazit. Das heißt, ihr seht, auch eine typische Facharbeit, die ja meist sich über 8 bis 12 Seiten erstrecken sollte, ist tatsächlich in diese typischen Schritte aufgegliedert, die wir hier einmal vor uns sehen. Dabei ist es ganz wichtig, dass ihr diese Schritte natürlich weitaus ausführlicher behandeln müsst, als ihr das beispielsweise in einer Klausur macht. Ist ja ganz klar, in einer idealen Facharbeit habt ihr natürlich auch viel mehr Zeit. Ihr habt ja meist einen Monat Zeit oder sogar ein paar Wochen mehr, die dann dazu genutzt werden können, dass ihr eine ideale Facharbeit verfasst. Und dazu sollt ihr natürlich eurem Lehrer oder eurer Lehrerin auch zeigen, dass ihr entsprechend fähig seid, kohärente Texte, also zusammenhängende Texte zu verfassen, die teilweise auch ein bisschen größer sind und tiefergehend sind, als das in einer normalen Klausur möglich ist. In der Einleitung habt ihr dementsprechend typischerweise so einen Umfang von einer bis zwei Seiten, in dem ihr erstmal erklären könnt, worum es hier überhaupt geht. Also, ihr sollt eine übersichtliche Darstellung der Fragestellung ermöglichen. Typischerweise habt ihr eine Fragestellung oder ein Thema, einen Titel eurer Facharbeit und der soll erklärt werden. Und dabei sollt ihr auch darauf eingehen, was und wie ihr das Ganze erklären wollt bzw. beleuchten wollt. Also, erklärt den Arbeitsweg, den ihr mit verschiedenen Lösungsansätzen bereits unterfüttert. Das heißt, zeigt bereits auf, worum könnte es in eurer Facharbeit gehen bzw. worum wird es gehen. Ihr sollt noch nicht alles direkt erklären, ihr sollt noch nicht alles direkt darstellen, sondern es ist wichtig, dass ihr übersichtlich darstellt, was eure Ideen sind und welche Lösungsansätze bzw. welche Beispiele ihr in eurer Facharbeit zu eurem Thema aufzählen wollt. Die zentralen Fragen sind also, was machst du, was ist die Idee und worum geht es? Und natürlich, wie machst du es? Also, zunächst erstmal erklären, was machst du, das Thema ein bisschen erläutern, dann, worum geht es? Ebenfalls das Thema und dann nochmal, wie machst du es? Also, welche Mittel nutzt du? Welche Beispiele nutzt du? Hast du eventuell eine Studie, die du einbinden möchtest? Das ist erstmal die Einleitung. Dann geht es über zu der Analyse der Darstellung, also dem eigentlichen Hauptteil der Facharbeit. Und hier ist es typischerweise so, dass ihr vier bis sechs Seiten durchaus diese Facharbeit lang sein solltet. Das ist natürlich immer von Schule zu Schule unterschiedlich und natürlich auch von Lehrer zu Lehrerin unterschiedlich, aber ein grober Richtwert könnte das definitiv sein. Die Analyse und Darstellung ist dabei jetzt der Hauptteil und daher geht es hier um die Erläuterung des Themenkomplexes. Ihr solltet jetzt tiefergehend darstellen, worum es eigentlich geht und was überhaupt das zentrale Thema ist. Unter anderem solltet ihr natürlich auch erklären, was wichtige Hintergründe sind. Das heißt, meistens ist es ja so, dass das Thema oder der eigentliche Themenkomplex oberflächlich sehr schnell erklärt ist. Wichtig ist aber jetzt, dass ihr in einer Facharbeit tatsächlich auch die Hintergründe erklärt. Dass ihr genau auf das eingeht, was ihr typischerweise in der Klausur gar nicht nennen könnt. Ihr sollt ganz tiefe Informationen darstellen und ganz grundlegende Informationen auch darstellen, die entsprechend spannend sind bzw. eure Fragestellung oder euer Thema näher beleuchten. Dabei solltet ihr euch dann konsequent nähern. Das heißt, es ist sinnvoll, am Anfang erstmal die groben Informationen zusammenzufassen und darzustellen und dann immer weiter und immer tiefer in das Thema einzuführen, um dann entsprechend auch verschiedene Perspektiven und Meinungen darzustellen. Das unterscheidet sich natürlich von Themenkomplex zu Themenkomplex, ob man Meinungen einbinden kann oder verschiedene Perspektiven, die entsprechend relevant sind. Aber grundsätzlich ist es so, dass ihr erstmal den Themenkomplex oberflächlich erläutern solltet und dann immer mehr Hintergründe darstellt und natürlich auch verschiedene Ergebnisse einbringt. Aber ganz wichtig ist, da es nicht nur eine Darstellung ist, sondern auch eure Eigenleistung, müsst ihr auch immer eine Analyse darstellen. Das heißt, ihr habt ja verschiedene Literaturquellen und diese müsst ihr immer wieder analysieren und einen Wert sozusagen kreieren. Ihr müsst darstellen, dass ihr auch selbst etwas geleistet habt, außer entsprechend nur darzustellen, dass ihr irgendwelche Texte gelesen habt. Also stellt dar, dass ihr es verstanden habt und analysiert entsprechend auch. Bringt eure Eigenleistung ein und das ist dann ganz wichtig, um die Fragen zu beantworten, die hier im Hauptteil wichtig sind. Also, welche Details sind für das Problem wichtig? Welche Meinungen gibt es? Welche positiven, welche Kontrameinungen gibt es? Und wie können bestehende Quellen gedeutet werden? Das ist der wichtigste und elementarste Punkt, der hier bei der Analyse und der Darstellung elementar wichtig ist, den ihr auch später brauchen werdet, um dann die volle Punktzahl für eure Facharbeit zu erreichen. Und dann habt ihr nur noch das Fazit. Im Fazit ist es so, dass ihr die Zusammenfassung der Analyseergebnisse nun stattfinden lasst und dass hier dann die wichtigsten Rechercheergebnisse stattfinden sollen. Also, ihr sollt nochmal alles zusammenfassen, was ihr schon erfahren habt bzw. was ihr schon dargestellt habt. In einem Fazit solltet ihr keinesfalls neue Informationen darstellen, sondern nur zusammenfassen und eventuell eine Schlussfolgerung ziehen, die vorher im Analyseteil noch nicht gemacht wurde. Das heißt, ihr habt nochmal eine abschließende Darstellung der verschiedenen Meinungen sowie auch eine eigene Evaluation. Evaluation klingt jetzt erstmal hoch, ganz einfach zusammengefasst. Ihr sollt eure eigene Meinung darstellen, das aber auch nur in Absprache mit dem Lehrer oder der Lehrerin. Es ist tatsächlich so, dass das sehr unterschiedlich gehandhabt wird und dementsprechend solltet ihr hier vorsichtig sein, insbesondere mit diesen typischen Wörtern wie ich denke das oder ich bin der Meinung, dass, folgendes so ist. Das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden, insbesondere wenn eure Lehrerin oder euer Lehrer das gar nicht sehen wollen. Also, die wichtigsten Fragen, die euch hier im Fazit behandeln sollen, sind einmal, was wurde gemacht, welche Ergebnisse auf die Fragestellung gibt es überhaupt und eventuell, wie gesagt, in Absprache mit eurem Lehrer oder eurer Lehrerin dann, wie ist überhaupt deine eigene Meinung zu dem Themenkomplex. Und damit habt ihr dann auch das Fazit, also den Abschluss eurer Facharbeit geleistet und dieses Fazit hat dann typischerweise nochmal einen Umfang von ein bis drei Seiten teilweise. Also insgesamt merken wir uns, dass hier ein Aufbau einer Facharbeit um die acht bis zwölf Seiten lang sein darf und das natürlich dann auch nochmal Lehrer- und schulabhängig ist. Fassen wir euch nochmal das Wichtigste des Aufbaus einer Facharbeit zusammen. Zunächst ist es wichtig, dass ihr eine Einleitung habt. Diese Einleitung sollte typischerweise den Umfang von ein bis zwei Seiten haben und dient dazu eine übersichtliche Darstellung der Fragestellung, sowie aber auch des Arbeitswegs mit den verschiedenen Lösungsansätzen darzustellen. Die wichtigsten Fragen sind, was machst du da überhaupt, worum geht es und wie machst du es, welche Mittel benutzt du. Dann geht ihr über in die Analyse oder in die Darstellung. Das heißt, in eurem eigentlichen Hauptteil der Facharbeit solltet ihr dann den Themenkomplex erläutern und die wichtigsten Hintergründe erklären. Das heißt, ihr habt eine tiefer gehende Analyse, die ganz wichtig ist, um volle Punktzahl zu bekommen. Also stellt unbedingt unterschiedliche Perspektiven und Meinungen dar und deutet. Das ist ganz elementar. Die wichtigsten Fragen sind hier, welche Details sind für das Problem wichtig, welche Meinungen gibt es und wie können bestehende Quellen gedeutet werden. So eine typische Analyse oder Darstellung ist vier bis sechs Seiten lang. Ein Fazit wird dann am Ende natürlich gemacht. Circa eine bis drei Seiten werdet ihr dafür aufwenden müssen und da geht es darum, eine Zusammenfassung des Analyseergebnisses einmal zu machen und die wichtigsten Recherchergebnisse nochmal zu beleuchten und darzustellen. Dabei sollt ihr abschließend die verschiedenen Meinungen beleuchten, deuten und eine eigene Evaluation einbringen, falls euer Lehrer oder eure Lehrerin das von euch möchte. Die wichtigsten Fragen sind hier, was wurde gemacht, welche Ergebnisse auf die Fragestellung gibt es und was ist überhaupt deine eigene Meinung. Nun kennt ihr letztendlich alles, was ihr über den Aufbau eurer Facharbeit braucht, aber es gibt natürlich spezifische Dinge, die für eure Facharbeit in eurem speziellen Fach wichtig sind und die erklären wir euch jetzt. Gucken wir uns nun einmal an, welche Besonderheiten es für die Facharbeit in Englisch gibt. Dabei ist es natürlich ganz grundsätzlich so, dass auch in Englisch gilt, wie eine allgemeine Facharbeit aufgebaut ist. Das heißt, ihr habt die Einleitung, ihr habt den Hauptteil und das Fazit. Grundlegenden Bestandteile sollte jede Facharbeit aufweisen und dementsprechend auch eure Facharbeit in Englisch. Wichtig ist dabei, dass ihr darauf achtet, dass ihr natürlich ein gehobenes Englisch sprechen solltet bzw. schreiben solltet und dass allgemeine Formulierungen verhindert werden solltet und ihr immer schöne Überleitungen schreibt. Da gelten also die allgemeinen Richtlinien, die ihr auch in einer ganz normalen Klausur in Englisch beachten solltet. Das Schöne ist, bei der Facharbeit habt ihr natürlich die Möglichkeit, euch so ein bisschen Hilfe zu holen, ob es jetzt von Google Translate ist oder von verschiedenen Online-Wörterbüchern, die euch da sicherlich schöne Wörter geben. Da habt ihr echt eine große Auswahl an nutzlichen Hilfen, die ihr auf jeden Fall konsultieren solltet. Kommen wir dann zu der ersten Besonderheit, die es bei der Facharbeit in Englisch gibt. Und zwar ist es so, dass ihr die Analyse verschiedener Texte oder sprachlicher Inhalte und Themen mit verschiedenen Interpretationsansätzen ergänzen solltet. Das ist ganz wichtig, denn ihr habt natürlich genauso wie in einer ganz normalen Klausur in Englisch die Möglichkeit, hier eine vollständige Analyse zu vollziehen. Wichtig ist dabei allerdings, dass eine vollständige Analyse nicht unbedingt heißt, dass ihr volle Punktzahl bekommt, denn es ist nicht nur so, dass ihr sprachliche Mittel und typische Analysepunkte analysieren solltet, nein, ihr solltet darüber hinaus auch noch die verschiedenen Interpretationsansätze einbeziehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn je nach Thema, welches ihr in Englisch bekommt, das kann ja durchaus auch ein eher sachliches Thema sein, ist es so, dass ihr natürlich beispielsweise ein Buch oder einen Film analysieren müsst. Und wenn ihr einen Film oder ein Buch analysieren müsst, ein anderes Werk von einem Künstler oder einer Künstlerin, dann ist es so, dass da meistens ganz verschiedene Interpretationsansätze zu vorzufinden sind. Das ist ja beispielsweise, wenn wir uns Shakespeare angucken, da gibt es ja ganz viele verschiedene Interpretationsansätze zu diesen verschiedenen Werken und das ist natürlich ganz relevant, um dann später auch seine eigene Meinung darzustellen bzw. seine Analyse zu unterstützen. Also ganz wichtig, ihr solltet aufzeigen, dass es verschiedene Interpretationsansätze gibt und ihr solltet natürlich auch aufzeigen, wie diese verschiedenen Interpretationsansätze dann alle zusammenhängend bewertet werden können, denn nur so gelingt es euch, volle Punktzahl zu bekommen, denn nur so habt ihr eine vollständige Analyse, die in einer Facharbeit in Englisch elementar wichtig ist. Dabei solltet ihr natürlich die Einbindung von Experten bedenken. Das heißt, ihr habt natürlich in Englisch insbesondere die Möglichkeit, auf verschiedene literarische Werke bzw. Sekundärquellen zuzugreifen, die euer Buch oder euer Werk schon mal analysiert haben, interpretiert haben. Und diese Quellen dürft ihr natürlich einbinden, sollt ihr sogar, denn das kann natürlich eure Analyse bzw. eure Interpretation noch mal genauer erscheinen lassen und auch noch mal mehr Kredibilität verlassen. Das ist also ganz wichtig, dass ihr hier nicht nur aktuelle Experten einbezieht, sondern durchaus auch historische Zitate einbeziehen könnt. Historische Zitate, wie ist das gemeint? Naja, es ist so, dass häufig Werke, die schon etwas älter sind, tatsächlich schon mehrmals interpretiert und auch die Interpretation sich geändert hat. Und dementsprechend solltet ihr auf jeden Fall auch historische Zitate einbinden, historische Genesungsschritte der Interpretation beleuchten und dementsprechend euch dann damit beschäftigen, wie hat sich eventuell die Meinung von Experten und Expertinnen geändert und dementsprechend welche Möglichkeiten gibt es da, sich sinnvoll mit diesem Text oder diesem Werk auseinanderzusetzen. Das gilt natürlich auch für bestimmte Themen, die ihr in Englisch in einer Facharbeit bekommen könnt, wenn ihr euch zum Beispiel Globalization anguckt, dann ist es tatsächlich so, dass ihr hier auch die Möglichkeit habt, verschiedene Expertenmeinungen einzubeziehen. Dabei ist es so, dass ihr in der Interpretation natürlich auch verschiedene Fachbegriffe erklären solltet bzw. einbinden müsst. Ihr müsst zeigen, dass ihr ein Fachwissen habt und dieses Fachwissen hängt nun mal direkt damit zusammen, dass ihr zum Beispiel in der Stilmittelanalyse auch Stilmittel benutzt, die ihr eventuell im Unterricht noch gar nicht gelernt habt oder die eventuell im Unterricht gar nicht relevant waren. Deswegen, falls hier neue Stilmittel eingeführt werden, solltet ihr diese auf jeden Fall ausführlich erklären bzw. diese Interpretation und Analyse mit entsprechenden Informationen unterfüttern und dabei solltet ihr natürlich trotzdem die gängigen Hilfsmittel aus der bekannten Stilmittelanalyse in eurer Klausur nicht vergessen. Also nur weil ihr jetzt eine große Facharbeit schreibt, heißt es nicht, dass ihr das vergessen solltet, was ihr vorher gemacht habt. Nein, ihr solltet das auf jeden Fall weiter beibehalten und zusätzlich euch angucken, ob es noch Fachwissen gibt, was ihr eventuell noch nicht einbezogen habt. Und dieses Fachwissen, wenn ihr das dann einbezieht, habt ihr die ideale Möglichkeit, eine vollständige Analyse plus eine vollständige Interpretation zu schreiben. Dabei ist es so, dass ihr die Eingrenzungen des Themas beachten solltet und zusätzliche Hintergrundinformationen einbeziehen sollt. Das heißt, ganz wichtig ist hier, dass ihr vor allen Dingen die Eingrenzungen beachten solltet. Das ist ganz wichtig, denn in Englisch ist es ja so, dass ihr einen sehr breiten Themenkomplex typischerweise analysieren bzw. interpretieren müsst. Und da ist es dann natürlich gefragt, dass ihr darauf achtet, dass euer Thema besondere Grenzen hat und diese Grenzen typischerweise auch in der Aufgabenstellung schon bekannt gegeben werden und dass ihr diese einhalten solltet. Weil sonst ist eure Facharbeit ganz groß gefächert, ganz viele Themen werden angeschnitten, aber kein Thema wird richtig erklärt. Und wenn das nicht passiert, dann ist es tatsächlich so, dass ihr typischerweise Probleme bekommt, insbesondere bei den ausführlichen Interpretationen, die ihr einfach machen müsst, um volle Punktzahl zu bekommen. Also achtet darauf, dass ihr Thema mit Eingrenzungen beachtet und zusätzlich dann natürlich noch Hintergrundinformationen einbeziehen könnt. Das ist ganz typisch. Ihr dürft natürlich alles, was ihr an zusätzlichem Wissen habt, einbeziehen. Aber achtet eben darauf, dass das nicht darunter leidet, dass eure Interpretation gut wird. Das ist eine ganz wichtige Eingrenzung, die ihr hier bei eurer Facharbeit in Englisch beachten solltet. Fassen wir euch das Wichtigste rund um die Facharbeit in Englisch nochmal zusammen. Ganz grundlegend ist es so, dass ihr hier auf jeden Fall beachten solltet, dass die Analyse verschiedener Werke bzw. Texte oder sprachlicher Inhalte und auch der Themen immer unter der Einbindung verschiedener Interpretationsansätze stattfinden muss. Das heißt, ihr müsst eine vollständige Analyse vollziehen, aber in Englisch ist es eben auch wichtig, dass ihr auf die Interpretationsansätze achtet. Dabei solltet ihr auf jeden Fall Experten, aber auch historische Zitate einbeziehen. Häufig hat sich die Meinung über Werke komplett verändert und dementsprechend werden diese anders wertet und wenn ihr das natürlich darstellt, dann ist das ein typischer Indikator für eine gute Note. Außerdem solltet ihr Fachbegriffe erklären, wenn ihr neue einführt, insbesondere wenn es verschiedene komplexere Themen sind, aber ihr solltet auch die gängigen Hilfsmittel, die ihr aus eurer Stilmittelanalyse in Englisch bereits schon kennt, auf jeden Fall auch nutzen. Außerdem habt ihr die Eingrenzung des Themas, die ihr beachten solltet, also eine Aufgabenstellung ist schon sinnvoll, wenn ihr diese Grenzen beachtet, weil sonst wird eure Facharbeit zu groß, zu breit gefächert und ihr habt nicht genügend Informationen. Außerdem, zusätzliche Hintergrundinformationen solltet ihr immer einbeziehen. Wisst ihr letztendlich alles, was ihr für eure Facharbeit braucht? Die grundsätzlichen Basics rund um den Aufbau und natürlich auch die wichtigsten Informationen rund um euer Fach. Allerdings ist natürlich noch viel mehr wichtig und das erklären wir euch jetzt. Gucken wir uns nun an, wie ihr mit Quellen und dem Quellenverzeichnis in eurer Facharbeit umgehen solltet. Dabei sei von Anfang an erwähnt, dass es elementar ist, dieses Quellenverzeichnis und insbesondere natürlich auch die Quellen einzubinden. Jede Facharbeit und damit auch jedes wissenschaftliche Arbeiten basiert grundsätzlich auf der Idee, dass man verschiedene Primär- und Sekundärquellen nutzt. Das heißt, Primärquellen sind natürlich originale Werke und Sekundärquellen analysieren typischerweise Primärwerke bzw. verschiedene Studien und werden da dann entsprechend verschiedene Deutungen vollziehen. Wichtig ist, dass ihr in eurer Facharbeit diese Quellen jetzt einbezieht. Das heißt, ihr müsst unbedingt ein Quellenverzeichnis schaffen, welches alle Quellen beinhaltet. Das heißt, wichtig ist, egal welche Quelle ihr nutzt, egal ob es nur ein Satz ist oder auch nur ein Wort, was ihr von irgendwoher habt, das müsst ihr benennen. Es gab immer wieder Fälle, wo das aufgefallen ist und dementsprechend für Großaufruhr gesorgt habt und ihr wollt nicht die Nächsten sein. Dementsprechend, ihr müsst alle Quellen korrekt benennen und dementsprechend versucht wirklich euch immer von Anfang an konsequent aufzuschreiben, wo und woher ihr entsprechende Quellen bzw. verschiedene Zitate und auch indirekte Informationen habt. Auf was bezieht ihr euch? Dabei gibt es unterschiedliche Zitationsweisen. Einerseits gibt es die indirekten Zitate, die direkten Zitate und die Vergleiche, die dem indirekten Zitat sehr ähnlich sind. Das indirekte Zitat läuft so, dass XY sei laut Professor Beispiel wichtig und dann schreibt ihr in Klammern Vergleiche, Zeile 10, folgenden oder wenn ihr euch auf eine ganze Seite bezieht, schreibt ihr entsprechend nur die Seite hin. Wichtig ist allerdings, dass ihr diesen Vergleich macht und diesen anbringt und typischerweise setzt man den nicht in den Fließtext selbst ein, sondern zeigt nur auf, dass hier sich ein Quellenverzeichnis oder eine Quelle vorfindet. Das heißt, ihr macht eine Referenz. Und dementsprechend macht ihr typischerweise so eine kleine Ziffer nach oben hingerichtet ein, stuft diese Ziffer hoch und dann unterhalb eures Textes könnt ihr dann nochmal genau aufzeigen, auf welcher Seite es steht und auf welche Quelle sich es bezieht. Und dann macht ihr nochmal ein separates Quellenverzeichnis, auf dem alle Quellen geordnet in Volltext ausgeschrieben sind. So spart ihr euch ein bisschen Platz natürlich und letztendlich habt ihr so auch die Möglichkeit, alle Quellen korrekt zu benennen und müsst nicht für jede einzelne Zitat eines Buches immer wieder das gesamte Buch als Quelle angeben oder immer wieder den gesamten Text als Quelle angeben. Das ist ganz wichtig. Die direkten Zitate laufen so ab, wie ihr das auch aus den Analysen von euch im Unterricht kennt. Da ist es einfach so, ihr schreibt in seiner Studie XY mit einem Professor Beispiel folgendes Problem. Dann macht ihr das Zitat, also das direkte Zitat. Ihr könnt das abschreiben, versucht da natürlich auch entsprechende grammatikalischen Feinheiten zu übernehmen. Das heißt, wenn ihr beispielsweise einen Text habt, der noch in alter Sprache verfasst ist, in deutscher Rechtschreibung, dann fasst ihr das auch so ab und könnt dann in Klammern nochmal schreiben, ein Text ist laut Originalsprache so, oder entsprechende Hinweise darauf geben und dann macht ihr wieder ein direktes Zitat, typischerweise hier dann wieder wäre das Professor Beispiel im Jahr 2020 und dann habt ihr unten in der Referenz dann wieder Zeile 10 folgende auf Seite 12. Und dann gibt es noch die Vergleiche und da ist entsprechend ein Bezug zu dem Text vorhanden. Allerdings habt ihr auch natürlich selbst eine Eigenleistung angebracht. XY wird deutlich anhand der Ergebnisse der Studie von Professor Beispiel in diesem Fall. Und dementsprechend müsst ihr da natürlich auch ableiten, ihr habt euch auf eine Studie bezogen und müsst das natürlich auch angeben. Allerdings ist es hier so, dass ihr wieder einen Vergleich habt. Das heißt, hier würdet ihr wieder in Klammern schreiben, Professor Beispiel im Jahr 2020 und dann schreibt ihr in die Referenz, vergleiche Zeile 10 folgende, beziehungsweise Seite 12. Das ist also ganz wichtig. Diese drei Zitationsweisen gibt es. Und versucht, möglichst viele Vergleiche einzubringen und eher auf direkte Zitate zu verzichten. Natürlich sind direkte Zitate sehr wirksam. Das heißt, gerade zum Beispiel in der Einleitung kann das als sehr prägnantes Stilmittel genutzt werden. Oder natürlich auch, wenn ihr eine bestimmte Meinung genau darstellen wollt, besonders betonen wollt, dann könnt ihr dem einen Ausdruck verleihen, indem ihr das Ganze dann entsprechend mit einem direkten Zitat einbindet. Dabei ist es wichtig, dass Quellen in einem Quellenverzeichnis gesammelt werden müssen, sowie direkt im Text benannt werden. Das heißt, hier ist es wichtig, dass ihr Referenzen oder direkt in die Klammern das schreibt, genauso wie wir es euch gerade gesagt haben. Das heißt, sammelt die Quellen auch während des Arbeitens schon, sonst müsst ihr hinterher gucken, wo habt ihr Quellen benutzt. Und das geht meistens nicht gut. Deswegen lasst es sein. Sammelt die Quellen direkt in einem separaten Dokument und schreibt euch direkt auf, wo und wann ihr es genutzt habt. Dann spart ihr euch eine Menge Arbeit hinterher und, ganz wichtig, schreibt die Referenzen einfach direkt in die Klammer. Internetquellen sind dabei zulässig. Häufig kommen die Fragen, ob Wikipedia zulässig ist oder andere Artikel zulässig sind. Und ja, grundsätzlich schon. Wichtig ist, dass bei Wikipedia ihr häufig auch nochmal eine Quellenverzeichnis habt, woher die ganzen Informationen stammen. Typischerweise ist es schlauer, sich diese Quellen nochmal anzugucken und sich darauf dann zu beziehen, anstatt auf Wikipedia selbst. Das ist in wissenschaftlichen Arbeiten sehr untypisch und solltet ihr eigentlich unterlassen. Dabei ist es trotzdem möglich, dass ihr verschiedene Artikel, die kostenfrei oder auch kostenintensiv dann entsprechend zugänglich sind, auch zitieren könnt. Dabei ist es wichtig, dass ihr dann in eurem Quellenverzeichnis nochmal den Link angibt und auch immer dahinter schreibt, welche Quelle an welchem Datum abgerufen wird. Dabei solltet ihr auf die Kredibilität der Quelle achten, also insbesondere natürlich, welches Newsnetzwerk beispielsweise wurde verwendet. Es gibt die einschlägigen Webseiten, die eher nicht als Quelle dienen und die typischen süddeutsche FUDs, die ganz sicherlich als Zeitungsquelle beispielsweise angegeben werden können. Der Spiegel zählt zum Beispiel auch dazu. Ihre Aktualität sollte dabei auch immer wichtig sein. Das heißt, wenn ihr natürlich wissenschaftlich arbeiten wollt, solltet ihr euch immer auf aktuellste Ergebnisse beziehen und das solltet ihr dann entsprechend auch in euren Quellen sich wiederfinden lassen. Fassen wir euch das Wichtigste rund um Quellen und das Quellenverzeichnis in eurer Facharbeit nochmal zusammen. Dabei ist es so, dass Quellen- bzw. das Quellenverzeichnis in eurer Facharbeit grundsätzlich dringend notwendig ist und auch auf aktuelle Quellen sich beziehen muss. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass die Quellen kredibel sind und generell, dass alle Quellen korrekt benannt werden. Das heißt, dass ihr keine Quellen auslasst. Ansonsten können es große Probleme geben und dementsprechend vermeidet das unbedingt. Dabei gibt es unterschiedliche Zitationsweisen wie indirekte Zitate, direkte Zitate und Vergleiche und wichtig ist, dass Quellen in einem Quellenverzeichnis gesammelt werden müssen und auch direkt im Text benannt werden. Das heißt, ihr solltet auch im Text schon direkt Referenzen oder direkt in Klammern angeben, welche Quelle ihr genutzt habt, um ein Problem mit eurer Facharbeit zu vermeiden. Schauen Sie uns nun einmal an, was wichtig ist, damit ihr die ideale Literatur für eure Facharbeit findet. Und dabei ist es ganz wichtig zu wissen, dass die Literaturrecherche elementar ist, um dann tatsächlich auch eine valide Facharbeit vorlegen zu können. Das heißt, in wissenschaftlichen Arbeiten ist es unbedingt notwendig, Literatur vorlegen zu können, beziehungsweise verschiedene Quellen zu nutzen. Man muss also auf sein Wissen verweisen können. Also ihr dürft die Literaturrecherche nicht in ihrer Wichtigkeit unterschätzen. Und typischerweise solltet ihr mit der Literaturrecherche auch schon vor dem Schreiben eurer Facharbeit anfangen, beziehungsweise man kann es so ein bisschen kombinieren mit dem parallelen Schreiben der Einleitung. Das heißt, in eurem Zeitplan solltet ihr die Literaturrecherche mit circa einer Woche einplanen, wo ihr euch wirklich Zeit nehmt und verschiedene Artikel, beziehungsweise auch entsprechende Bücher recherchiert, herausfindet und diese dann natürlich auch lest. Das heißt, ihr müsst die natürlich auch verstehen, um sie dann nutzen zu können. Dabei solltet ihr euch also frühzeitig mit möglichen Interpretations- und Lösungsansätzen auseinandersetzen. Wichtig ist das insbesondere deswegen, weil verschiedene Lösungs- und Interpretationsansätze euch natürlich auch verschiedene Quellen, beziehungsweise verschiedene Literaturen nahelegen. Das heißt, wenn ihr einen komplett anderen Interpretationsansatz zu eurer jeweiligen These habt, dann kann es natürlich auch sein, dass ihr komplett andere Notwendigkeiten habt, um beispielsweise eine ganz andere Literatur zu finden. Das heißt, man muss natürlich unterschiedliche Experten für unterschiedliche Meinungen heranziehen, diese zitieren und natürlich auch indirekt in seinem Text einbringen. Dabei ist das ganz wichtig, um dann verschiedene Interpretations- und Lösungsansätze zu verstehen und auch langfristig dann einbinden zu können. Das heißt, was ganz wichtig ist, dass ihr multiperspektivisch in eurer Literaturrecherche arbeitet. Das Tolle ist, dass ihr im Internet tatsächlich zahlreiche wissenschaftliche Paper, zu teilen eben auch auf Englisch, vollkommen kostenlos findet. Das ist ganz wichtig, denn häufig wird der Fehler gemacht, dass man denkt, dass wissenschaftliche Paper immer Geld kosten und dafür wird teilweise auch Geld bezahlt. Das ist so, aber ihr habt tatsächlich die Möglichkeit, ganz viele wissenschaftliche Paper oder natürlich auch Artikel, die ihr natürlich auch benutzen dürft. Unter anderem ist es ja sogar möglich, dass ihr Internetquellen wie Wikipedia nutzt, um dann Primär- und Sekundärquellen zu finden. Einfach um sich einen Überblick zu schaffen, sind diese Quellen sicherlich nicht falsch. Man darf sie ja auch zitieren. Wichtig ist dabei, dass ihr entsprechend darauf guckt, was sind wissenschaftliche Paper, die vorhanden sind. Und diese solltet ihr dann natürlich euch auch durchlesen. Je nach Umfang ist es natürlich ratsam, nur die Passagen zu lesen, die tatsächlich für euch auch eine gewisse Relevanz haben. Aber generell gilt, guckt euch die wissenschaftlichen Paper an, guckt euch an, wer sie geschrieben hat, worüber sie handeln und ob sie eventuell auch neue Perspektiven auf euer Thema eröffnen, die ihr noch gar nicht so gesehen habt. Das ist ganz typischerweise eine Riesenhilfe. Und interessant ist auch, dass ihr englische Zitate natürlich eins zu eins auf Englisch einbringen dürft. Andererseits könnt ihr aber natürlich gerne auch englische Zitate dann entsprechend übersetzen, falls ihr das notwendig ist. Das Aufsuchen einer Bibliothek und so blöd es klingt, es ist tatsächlich wirklich ein Lösungsansatz oder hilft auf jeden Fall. Und insbesondere die Universitäten helfen da insbesondere. Also wenn ihr in einer großen Stadt lebt, habt ihr das Glück, dass ihr ja häufig auch verschiedene Universitäten habt. Und da solltet ihr auf jeden Fall zu den Bibliotheken der Universitäten geben. Die stellen euch dann typischerweise so einen Tagespass aus und ihr könnt dann ganz interessante Literaturen finden, die dann ja später auch in eurem Studium genutzt werden und dementsprechend offenbaren die euch da ganz tolle Möglichkeiten. Ratsam ist das insbesondere für Primär- und Sekundärliteratur, also auch originale Werke lassen sich da teilweise finden. Je nach Fachrichtung müsst ihr da gucken, in welche Bib ihr da geht und dementsprechend habt ihr da unterschiedliche Möglichkeiten, das zugänglich zu haben. Es gibt inzwischen auch Online-Zugänge, die für alle Studenten und Studentinnen natürlich verfügbar sind. Ob ihr das selbst zum Tagespass bekommt, das müsst ihr dann bei der jeweiligen Universität nachfragen, ob ihr entsprechend nicht in die Bibliotheken gehen wollt. Aber meistens ist das ja noch möglich, in diese Universitäten und in diese Bibliotheken zu gehen. Dementsprechend nutzt die Möglichkeiten, die ihr da gegeben bekommt. Ihr könnt das übrigens auch super damit kombinieren, dass ihr dort auch schreiben könnt. Das heißt, wenn ihr so ein bisschen eure Einleitung schreiben wollt, neben der Literaturrecherche, dann könnt ihr das super kombinieren und in diesen universitären Bibliotheken auch wunderbar bei ruhiger Atmosphäre schreiben. Und interessant ist eben, dass ihr jetzt auch die Möglichkeit habt, das Ganze online zu machen. Also Covid-19 hat euch da auf jeden Fall Vorteile beschert. Die ganzen Sachen wurden digitalisiert und sind jetzt online abrufbar. Teilweise sogar ganz frei im Internet. Ihr werdet die entsprechenden Literaturen dann finden. Vergesst hier nur nicht korrekt zu zitieren. Konsultiert eventuell auch deine Mitschüler oder Mitschülerinnen für Umfragen oder eigenständige Recherchen. Das heißt, in dem jeweiligen Themenkomplex kann es durchaus sinnvoll sein, eine eigene Recherche anzubringen bzw. Meinungsumfragen durchzuführen. Und dafür könnt ihr natürlich einerseits eure Mitschülerinnen, eure Mitschüler, eure Freunde benutzen oder natürlich auch eure Familienmitglieder. Aber natürlich könnt ihr auch einfach Straßenumfragen machen. Das heißt, einfach mal so Umfragen durchführen, Online-Umfragen durchführen, die durch verschiedene WhatsApp-Gruppen geschickt werden beispielsweise. All das sind Möglichkeiten, wo ihr eigenständige Recherche einbringen könnt. Und je nach Themenkomplex ist das erstens richtig sinnvoll und hilft euch sicherlich, das Thema nochmal besser zu verstehen und auch besser präsentieren zu können. Und zweitens bekommt ihr dadurch natürlich auch einen großen Bonus bei eurem Lehrer, denn euer Lehrer wird das sicherlich sehr gutheißen, wenn ihr euch über dieses Maß hinaus nochmal für eure Facharbeit engagiert. Und das wird sich sicherlich auch in der Note zeigen. Deswegen versucht unbedingt, falls ihr die Möglichkeit habt und falls es sinnvoll ist für eure Facharbeit, euch mit dem Lehrer oder der Lehrerin auseinanderzusetzen, zu fragen, kann ich sowas einbinden? Und wenn ihr das könnt, dann setzt euch frühzeitig damit auseinander, auch die richtigen Leute zu kontaktieren. Das ist das Wichtigste der Literaturrecherchen nochmal zusammen. Ganz wichtig ist, und hier gilt es dasselbe wie bei allen Facharbeitsthemen, es ist wichtig, setzt euch frühzeitig damit auseinander, um verschiedene Interpretations- und Lösungsansätze zu finden. Multi-Perspektivität ist hier ganz wichtig. Das heißt, versucht verschiedene Perspektiven einzubinden und das könnt ihr natürlich nur, wenn ihr euch zahlreiche wissenschaftliche Paper, Primär- und Sekundärquellen anguckt. Und insbesondere ist es da natürlich auch sinnvoll, sich englische Quellen anzugucken. Ihr könnt die euch natürlich übersetzen lassen oder einfach frei zugänglich diese euch durchlesen. Nutzt dafür gerne das Internet, da gibt es einige Möglichkeiten, kostenlos Literatur zu finden. Das Aufsuchen einer Bibliothek in den verschiedenen Universitäten ist auf jeden Fall auch sinnvoll. Je nach Fachrichtung solltet ihr dann entsprechend euch die jeweiligen universitären Bibliotheken aussuchen und dort könnt ihr dann beispielsweise mit einem Tagespass reingehen. Außerdem ist natürlich vieles jetzt auch online. Das heißt, ihr habt viele Möglichkeiten, digitalisierte Bücher überhaupt online auch schon zuzugreifen. Konsultiert eventuell auch eure Mitschüler oder Mitschülerinnen, falls ihr Umfragen machen wollt, eigenständige Recherchen. Auch hier gilt, je früher ihr anfangt, desto schneller geht es und desto besser wird es auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall immer ein Bonuspunkt, solche eigenständigen Recherchen einzubringen. Deswegen setzt euch damit frühzeitig auseinander, ob das für euer Thema sinnvoll ist und fragt euren Lehrer oder eure Lehrerin, ob es entsprechend eingebracht werden kann. Wir gucken uns nun an, wie ihr mit Word oder Alternativen umgehen könnt, um eure Facharbeit zu schreiben. Und dabei ist es so, dass Word natürlich das typische Schreibprogramm ist, was eben sicherlich geläufig ist und was eigentlich auch ideal ist, um eine Facharbeit zu schreiben. Das heißt, falls ihr Word schon besitzt, dann solltet ihr dabei auf jeden Fall bleiben, denn im Regelfall ist das auch das Programm, was über die Schule hinaus, insbesondere in der Universität und dann natürlich später im Lebensalltag, im Arbeitsalltag eine besondere Relevanz bekommt. Insbesondere ist es ideal, weil es das Erstellen von Inhaltsverzeichnissen, Referenzen sowie Überschriften ermöglicht. Das heißt, es ist tatsächlich möglich, dass man mit Word selbst ein ganz normales Schreibprogramm hat, was dann ermöglicht, dass entsprechende Inhaltsverzeichnisse, Referenzen, aber auch Überschriften ganz automatisch gesetzt werden. Das heißt, es gibt verschiedene Tools, die dann entsprechend genutzt werden können, um die jeweiligen Elemente zu kreieren. Spezifisch gehen wir da gleich nochmal drauf ein. Alternativen sind beispielsweise Google Docs, was komplett kostenlos ist, oder auch LibreOffice, was in seiner Basisversion komplett kostenlos ist. Diese können allerdings für die Erstellung auch vollkommen ausreichend sein. Das heißt, häufig wird vermittelt, dass man Word braucht, unbedingt, um entsprechend hier eine Facharbeit vollständig schreiben zu können. Dem ist natürlich nicht so. Mit Google Docs beispielsweise findet ihr das Programm von Google, was sogar direkt einen kostenlosen Speicher in der Cloud ermöglicht und dadurch natürlich auch die Möglichkeit hat, dass man ideal damit arbeiten kann. Und auch LibreOffice sind Programme, die natürlich idealerweise genutzt werden können, um komplett kostenlos sich hier entsprechende Formate anzueignen und die Facharbeit zu gestalten. Ganz wichtig ist hier einfach nur, dass ihr ein Programm findet, in dem ihr Texte schreiben könnt, in dem ihr unterschiedliche Seiten haben könnt und in dem ihr das in gängige Formate übersetzen könnt. Und Google Docs sowie auch LibreOffice können euch auch Word-Dateien ausspucken. Das heißt, die sind dann auf anderen Rechnern, beispielsweise wenn ihr die Facharbeit professionell drucken lassen wollt oder wenn ihr die Facharbeit natürlich auch digital einreicht, beispielsweise an euren Fachlehrer oder eurer Fachlehrerin, dann sind diese natürlich auch mit Word zu öffnen und damit ist es natürlich auch vollkommen ausreichend, um eine Facharbeit zu erstellen. Auch PDF-Formate werden hier entsprechend unterstützt. Und wie gesagt, im Gegensatz zu Microsoft Office, was entweder in einer Einmal-Lizenz oder in einem Monats-Abo gekauft werden muss, ist es hier komplett kostenlos und kann einfach mit einem Google-Account oder mit LibreOffice, könnt ihr es auch einfach runterladen, ganz einfach genutzt werden. Bei Word ist es so, dass die Erstellung des Inhaltsverzeichnisses über den Reiter Referenzen geht. Dort findet ihr dann alles, was ihr entsprechend erstellen müsst. Das Inhaltsverzeichnis wird dann entsprechend, nachdem ihr auf Inhaltsverzeichnis erstellen geklickt habt, entsprechend auf der jeweiligen Seite platziert. Das heißt, typischerweise macht ihr das ja nach der Titelseite. Dort fügt ihr dann das Inhaltsverzeichnis ein. Und das Schöne ist, das Inhaltsverzeichnis ist bei Word ein automatisches Element, welches sich immer wieder updatet, beziehungsweise welches ihr automatisch natürlich updaten könnt. Und dementsprechend sind weitere Schritte dann entsprechend auch erklärbar. Das heißt, ihr bekommt durch Word dann auch vorgegeben, wie ihr weiter agieren sollt. Typischerweise macht ihr dann eure Struktur des Ganzen, macht ihr dann über Überschriften und Unterüberschriften. Das heißt, in eurer Facharbeit solltet ihr es ja so strukturieren, dass ihr Überschriften und Unterüberschriften habt. Und dementsprechend ist es so, dass die Überschriften dann tatsächlich genutzt werden, um in dem Inhaltsverzeichnis als Überschrift angezeigt zu werden. Und Unterüberschriften werden automatisch diesen Punkt dann untergeordnet. Und zusätzlich bekommt ihr dann die Möglichkeit, diese Seitenanzahlen dann in dem Inhaltsverzeichnis auch anzeigen zu lassen. Außerdem ist es so, dass ihr natürlich bei Word die Möglichkeit habt, die Seitennummern komplett darstellen zu lassen. Und damit habt ihr bei Word durchaus die Möglichkeit, dieses komplette Programm einmal zu nutzen, um die Struktur in euer gesamtes Facharbeitsdokument zu bringen. Wichtig ist dabei, den Titel und auch beispielsweise die gesamte Titelseite solltet ihr natürlich weiterhin selbst gestalten. Das ist eigentlich problemlos möglich. Ihr kennt ja die typischen Möglichkeiten, wie ihr eine solche Titelseite bearbeiten sollt. Bei Google Docs ist es jetzt so, dass ihr ein Inhaltsverzeichnis über Referenzen und dann über Einfügen tatsächlich ermöglicht. Das heißt, da ist es so, dass ihr oben den Reiter Einfügen habt und anschließend ist es dann, dass ihr ein Unterpunkt Inhaltsverzeichnis habt. Das ist bei Google Docs ein bisschen versteckt, aber auch da ist es entsprechend möglich, dass dieses sich automatisch updatet. Alternativ, falls das mal nicht klappen solltet, ist es natürlich sinnvoll, einfach dieses Inhaltsverzeichnis erneut erstellen zu lassen und dementsprechend dann über Einfügen wieder zu arbeiten. Und dann habt ihr auch da die Möglichkeit, Inhaltsverzeichnis komplett darzustellen. Außerdem gibt es ebenfalls die Funktion der Referenzen. Dabei müsst ihr aber ein Workaround nutzen. Das heißt, ihr nutzt hier die Möglichkeit, hochgestellte Ziffern zu machen und dann könnt ihr entsprechend über Fußnoten das dann einbringen und zeigen, welche verschiedenen Quellen ihr genutzt habt. Und diese dann zitieren. Quellenverzeichnis könnt ihr dann auch nochmal separat beifügen. Das ist sowohl bei Word als auch bei Google Docs dann entsprechend auch möglich. Hier ist es tatsächlich auch möglich, dass bei Google Docs die Seitennummern unten angezeigt werden und gängige Dinge wie beispielsweise, dass ihr oben euren Namen auf jeder Seite anzeigen lasst. Das ist tatsächlich bei Word und auch bei Google Docs kein Problem. Ihr könnt es einfach einfügen in eurer oberen Zeile und dort könnt ihr dann was hinschreiben und das bleibt dann über die verschiedenen Seiten bestehen. Kassen wir euch das Wichtigste mit dem Umgang rund um Word und Alternativen nochmal zusammen. Word ist als typisches Schreibprogramm natürlich ideal und ermöglicht das Erstellen von Inhaltsverzeichnissen, Referenzen, aber auch Überschriften ganz automatisch und ist dadurch natürlich optimal geeignet, um tatsächlich als Schreibprogramm für eure Facharbeit genutzt zu werden. Alternativen wie beispielsweise Google Docs oder LibreOffice sind allerdings wesentlich günstiger. Sie sind sogar umsonst. Das heißt, ihr könnt sie kostenlos nutzen und vielleicht ist es ratsam, wenn ihr Word noch nicht habt, das einmal kostenlos durchaus zu nutzen und entsprechend auszuprobieren, ob es für euch genügt. Außerdem ist es so, dass ihr bei Word die Erstellung des Inhaltsverzeichnisses über den Reiter Referenzen möglich machen könnt und dann entsprechend weitere Schritte direkt erklärt werden. Bei Google Docs ist es ein ähnlich einfacher Schritt. Ihr habt ein Inhaltsverzeichnis sowie Referenzen, die übereinfügen und dann anschließend über den Punkt Inhaltsverzeichnis direkt in euer Dokument eingefügt werden können. Und das war es jetzt leider auch schon wieder mit diesem Video. Falls es euch interessiert, könnt ihr natürlich gerne auch die spezifischen Videos in der Playliste rund um die Facharbeiten euch angucken. Dort haben wir einmal alle entsprechenden Links für euch zusammengestellt. Und ansonsten nochmal der kleine Hinweis in eigener Sache. Wir haben ein Buch verfasst, was euch sicherlich hilft und einen kompletten Kurs mit Aufgaben, mit verschiedenen Hilfen zusammengefasst. Also, falls ihr euch da einmal interessiert, klickt den ersten Link in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao! Åh, ohh, ohh, ohh. I think I'm overdozing. I think I'm overdozing. I think I'm overdozing. Untertitelung des ZDF für funk, 2017